Ausschnitte des Originals von gestern Abend nah, näher, am nähesten. Filmen durften wir nicht selbst, aber hinter der Bühne uns Teile der Show und der Aufsicht überspielen lassen. Reihenweise fielen die jungen Mädchen um. Bei 150 hörte das Rote Kreuz auf zu zählen. Was Wunder bei diesen Bewegungen. Das Urteil des Publikums? Ziemlich gespalten. Perfektioniert einfach. 100% Playback. Welcher andere Sänger kann schon sowas bieten, ne? Das Urteil des Publikums? Ziemlich gespalten. Ziemlich gespalten.